Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ich weiß nicht, wie viele es heute in Linz sind, aber es sind tausende Schülerinnen und Schüler. Und wenn, und wenn, und wenn die Ministerin nicht zum Zugeständlichen bereit ist, dann werden wir ein weiteres Mal streiten. Und wir fordern, wir fordern, wir fordern die österreichischen Gewerkschaften auf, sich diesen Streik anzuschließen. Die Lehrer sind betrogen worden. 1, 2, 3, 4, Schülerrechte wollen wir! 1, 2, 3, 4, Schülerrechte wollen wir! 1, 2, 3, 4, Schülerrechte wollen wir! Scheiß auf Sie! 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 Untertitelung des ZDF, 2020